So wie die Siegerlederhose ist auch das Siegerfahrzeug der BMW Open 2024 ein vollblütiger Bayer. Die gesamte Belegschaft des BMW-Gutwerks Dingolfing ist stolz darauf, das diesjährige Siegerfahrzeug, einen vollelektrischen BMW i5 gebaut zu haben. Nachhaltigkeit, Sportlichkeit, ein fortschrittlicher Antrieb und digitale innovative Features. Der Sieger der BMW Open hat viele Asse im Ärmel. Unser fantastisches Siegerfahrzeug ist auf Herz und BMW Niere geprüft. Die BMW Open 2024 können quasi kommen. Ich freue mich auf ein tolles Turnier. Wir sehen uns hoffentlich beim MCTC Epitos. Servus!